Unserer kleinen Pia geht es extrem schlecht und sie muss in die Klinik, denn dort hat sie einfach die besten Chancen wieder gesund zu werden und man kann sie ganz anders untersuchen als daheim. Wir haben dann wirklich alles abgecheckt, ihr ging es richtig schlecht, sie musste an die Infusion und hatte eine Colitis.